Ich muss die Feuerwehr abwehren. Du bist Feuerwehr, du Idiot. Hast du das nicht mal in der Schule gelernt? Meine Fresse, ich habe nur Feuerwehr im Kopf. Ich muss die Polizei... Feuerwehr... Bitte, gib Wasser. Danke. Los, weg hier. Ich gebe Wasser. Los, weg da. Wasser, weg da. Los. Ich denke, wie da passt. Geh mal. Geh mal. No. Alter, das Ding ist so nah und träge. Ja, ich weiß noch nicht. Du hast eine Beschleunigung von... 0 auf 100 in... 1 Sekunde. Von 0 auf 100 in 0. Es ist einfach immer auf 100. Wuuuuh. Mann, das ist glaube ich der langweiligste Wagen, den ich jemals hätte kriegen können. Warte, ich muss mich tarn. Ich muss die Polizei loswerden. Du siehst mich nicht, ne? Du mich auch nicht, ne? Ich bin die Polizei los geworden. Ich auch. Genau in dem Moment. Okay, komm. Ich hab nämlich einen coolen Punkt gefunden. Wo wir Hände sind. Wuuuuh. Yeah. Alter, das wird jetzt echt anstrengend für mich. Nein. Boah. Noch nicht schon wieder. Warte, ich pack hier einen. Ja. Warte, fahr mich mal hier volle Sau rein. Danke. Fast. So, warte. Hier ist mein Partner. Oh, Digger. Oh, komm. Bei mir warst du neben dem scheiß Auto. Dafür kann ich diesmal nichts. Okay. Du hast mich schon sechsmal getüttet, du Forza. Oh, tut mir leid. So, lass mich mal jetzt kurz fahren. Lass ein Motorrad machen, Digger. Lass ein Motorrad machen. Ja, warte. Erstmal bekommt der Schwarze aufmarsch. Boah. Der Schwarze hat ihn nicht aufs Maul bekommen. Jetzt aber. Alter, der reagiert einfach nicht. Der reagiert nicht. Ich schlafe ihn richtig. Machen wir kaputt. Warte, ist das dein Ernst? Komm schon, du bist gestorben. Ich weiß auch nicht, warum ich so schnell gestorben bin. Ich hab ja einfach... Der Schwarze hat mich aufgetüttet. Eindeutig. Bleib stehen. Sehr gut. Ich konfessiere dein Auto. Ey, Digger, ich hab Passagiere. Ah! Nein, ich schlag. Die wollen mich anzacktotauen. Ah, hier kommt. DING 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 DING. Warte, wir müssen die eine Sache jetzt aber noch durchziehen, Mann. Na? Warte, komm mal mit den zwei Idioten, Mann. Ah! Die sind tot. Sehr gut. Komm. Go! Ah! Ah! Was? Wo bist du? Interessiert mich nicht. Nein, nein, nein. Wo bist du? Du bist der Arsch. Du hast mich auch schon viermal. Was heulst du rum? Ja, du hast mich trotzdem sechsmal. Weißt du, sechs ist größer als vier. Oh, so weit bist du in der Schule schon. Respekt. Im Gegensatz zu dir bin ich elf. Oh! 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 Na, erzähl mal was für den Notenbunk hast du im Durchschnitt. Im Durchschnitt gar nicht so ein Scheiß. Oh! Ey, das, die Messanzeigen von dem Feuerwehrauto sehen aus wie ein Bild einfach. Kommst du mal? Okay. Ja, ganz ruhig, Tim. Okay, jetzt funktioniert das nicht. Steig einfach ein. Ich nehm mir das Polizeiauto. Warte, ich mach's nass. Oh, Tim! Das war ein Schub. Bitte, nutze ihn. Oh! Ich geh. Erstmal Polizisten tauschlagen. Ich drifte mit einem Feuerwehrauto. Ich bin gleich tot. Ja, lass mal. Darauf erstmal einen Snack. Okay, hier ist es. Der ultimative Showdown. Ich wette, das funktioniert nicht mehr. Wo bist du? Ach da. Oh, die Polizei hält mich auf. Ich hab drei Stern. Nein. Das war ein Täuschern. Du bist der... Nein, Alter, komm. Nein, komm. Yeah! Ich hab ja. Ich hab einen Backflip gemacht! Ich hab nichts gesehen. Du bist ein Opfer. Okay, guck nochmal. Ich mach nochmal einen Backflip. Glaub ich dich währenddessen nass machen? Oh, das macht er keinen Backflip gemacht. Und Drehung, 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 Drehung. Ich hab immer noch drei Stern, lass mal was dagegen machen. Ja, okay. Mein Reifen ist kaputt. Das professionale Affound. Den, 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 den. Hier rechts rüber! Den, 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 den. Du kannst gar nichts. Mann, das geht... Was soll ich denn machen mit so einem fetten Wernern? Ich bin... Was? Es explodiert, das... was? Nein, das Polizei, das... was? Nein, das Polizei... Ich mach! Willst du seiner Pflicht nachgehen, oder was? Ja! Dreh dich, dreh dich, dreh dich! Ooooooh! Digga, der ist so lahmarschig! Ja, ach was! Okay! Was? Mach dein Auto wieder, okay? Okay, okay! Das frennt nicht mehr! Danke! Es lag vor dem Wasser! Ich hab nachzuhalten! Okay, lass Backflip-Session machen! Jo! Ich hab mir grad ein Motorrad bestellt! Jo, ich hab noch Sterne! Weil die sind so dämlich und sie kommen hier nicht her! Guck mal, ähm... Na, links von dir aus gesehen! Ah, ich wurde umgefahren! Na, genau! Da lang! Guck mal! Du müsstest mich gleich einen Backflip machen sehen! Ich hoffe, das funktioniert! Das klingt anders! Okay, warte! Dann, 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 dann! Dann, dann, dann! Yeah! Sehr cool! Äh... Let's go! Wo willst du hin? Äh... Auf ne Straße wäre ganz gut! Tja, gibt's nicht! Noch ein Ziel! Ne Straße wäre ganz gut! Nein! Nein! Ja! Oh, das war knapp! Oh, waaah! Woollah, hab ich gedreht! Ja! Ja! Okay! 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 Machanik! 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 Ich war da! Was machst du jetzt, hä? Tritt drauf! Ich bin deutlich über dir! Ja! Ja! Aua! Nein! Fand ich nicht gut! Ja! 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 Das war geil, Juss! So! Warte, sagst mein Motorrad! Mein Motorrad! Mein Motorrad! Mein Motorrad! Du wiederholst! Mein Motorrad! Holst dich! Holst dich! Okay! Okay! Erstmal ein CF-Standard-Backflip! Da! Boah! Was war das? Na ein Standard-Backflip! Nein! Das ist bei dir! Du bist mir scheißegal! Ey! Kannst... War das so ununwendig? Ja! Na komm! Du bist nicht tot! Ich bin nicht tot! Und die Motorräder sind scheißegal! Die kosten 170 Dollar! Ah! Was?! Ich wurde vom LKW umgefahren! Auf mein Motorrad! Ja, aber ich bist noch so dämlich! Fretze du Arsch! Ja! Boah! Das tat wirklich weh! Okay! Lass cruisen! Ey! Ich wollte gerade sagen! Er ist einfach runtergegangen! Vom Motorrad! Äh! Erstmal den Standardscheiß durchziehen oder was? Äh! Äh! Warte! Ich muss erst mal zu dir kommen! Falls mein Kacklaken das schafft dir! Hier einen einfachen Backflip ziehen lassen! Gleich! Lass mal direkt hintereinander fahren! Jo! Warte eine Sekunde! Okay! Äh! Wenn euch dieses Format gefällt! Dann äh! Liked das doch einfach! Oder! Macht irgendein Feedback! Moin! So! Äh! Ich fahr los! Und du fährst einfach mal! Okay! Das war langweilig! Einer! Komm! Zwei sind drin! Zwei sind drin! Nein! Zwei nicht! Nein! Oh Gott! Bist ein Opfer! Was hast du gemacht? Tot! Okay! Mein Motorrad ist kaputt! Vor allem erstmal einen ganz einfachen Backflip, ne? Ich hab's ausnahmsweise mal komplett rüber geschafft, Alter! Ja, ich bin eben richtig schief geflogen und auf dieser Kante gelandet mit nem Grind! Warte, ich hoffe das funktioniert mit dir drauf auch! Oh, ich kann nicht mehr fahren, Alter! Nooo! Weil nicht nur eine, sondern gleich beide Kanten getroffen! Da ist kein Backflip drin! Ich wirklich! Bei der Rampe generell nicht, also... Ne, ist leider schade! Was ist das für ne... Was soll der Scheiß, Alter! Lass doch mal nen Backflip mitziehen! Was? Was? Bei mir hat eben alles gespannt! Er läuft doch erstmal ne Runde um sein Fahrzeug, bevor er aufsteigt! Oder einsteigt, scheißegal! Ja, wer ist heilig! Okay, Backflip! Da ist einer mindestens mit drin! Wah, komm! Was? Was? Das sah nicht so falsch aus! Egal, gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Dein Motorrad ist auch gleich kaputt! Ja! 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 Oh, scheiße! Mein Motorrad... Das ist jetzt echt blöd! Besser! Oh, es hakt bei mir! Ich glaub mein GTA ist hängen geblieben! Jo! Ernsthaft? Kommt halt hängen geblieben? Ich glaub schon! Ich hör noch die Musik von dem Spiel! Das Bild ist einfach hängen geblieben! Fahre ich gerade? Nein, du stehst! Okay! Jetzt steigst du aus und du läufst weg! Ha! Ich würd sagen, das war's mit der Aufnahme! So, ich töte dich! Ha! Du bist ein Wichser! Richtiger Wichser! Lass kurz Aufnahmepause einfach machen und gleich weitermachen! Klar! Wir haben 36 Minuten! Ja, daraus kann man zwei Folgen machen, mal gucken! Vielleicht mach ich auch mal alle drauf! Weil da ist ja echt nicht viel passiert! Und dann gucken wir mal! Wir sehen uns bei der nächsten Folge! Ciao! Meine Maus reagiert nicht! Ciao! Ciao!